Ist drin? Ist drin. Immer noch. Jetzt ist er auf. Das vergangene Jahr war? Lang. Ich habe in der Pandemie gelernt, dass? Dass ich viel sozialer bin, als ich dachte. Die Pandemie hat gezeigt, dass es gesellschaftliche Defizite gibt bei? Was zum Beispiel die Pandemie hier gezeigt hat, ist, dass die Leute, die keine oder wenig Ressourcen haben, auch diejenigen sind, die zuerst sich anstecken oder diejenigen auch sind, die am wenigsten geschützt sind. Spielen in der Pandemie bedeutet? Abstand halten. Anderthalb Meter. Geschlossene Kinos sind? Schade, traurig, kacke, scheiße. Corona hat die Filmbranche dahingehend verändert, dass? Dass sich die Leute mal mehr die Hände waschen, voll gut. Der Stillstand von Kultur bedeutet? Kultur ist gerade in Krisenzeiten wichtig, weil? Weil ich glaube, wenn wir jetzt nicht zum Beispiel Kultur hätten, um uns abzulenken, würden wir, glaube ich, alle ziemlich verrückt werden. Die Filmbranche wünsche ich mir. Ich wünsche mir für die Filmbranche, dass sie radikaler wird, dass sie mutiger wird, dass sie bessere Geschichten erzählen, die mehr Menschen meinen, dass mehr Menschen sich gemein fühlen können vom Kino, vom deutschen Kino, vom europäischen Kino. Ich glaube, es wäre voll gut, dass wir es schaffen, in der Branche politische Ansprüche beizubehalten.